sehr gute frage ok also was ist denn nummer eins grund weshalb die meisten leute scheitern nichts machen das ist tatsächlich so der nummer eins grund sie machen einfach nichts mehr war mehr ist es auch nicht tatsächlich na also ab dem punkt wo du in bewegung kommst wo du anfängst mit menschen darüber zu reden tut sich immer etwas fertig du musst einfach nur mit menschen darüber reden und den erzählen davon dass du eine dienstleistung hast die denen helfen kann und eben durch corona dadurch dass generell auch mehr agenturen auf dem markt sind durch social media wachstum dadurch dass halt jeder enkel hat kinder hat und neffen und hast du nicht gesehen und jetzt auch die jungen erwachsenen also wir in dem sinne die jetzt 25 30 35 sind wie auch immer die alle ein iphone haben und für die halt whatsapp und facebook und instagram halt normal ist es ist einfach die normalität mittlerweile man sieht auch mehr anzeigen da draußen also es wird immer normaler nur die meisten wissen halt einfach immer noch nicht wie sie hinten raus das für sich nutzen können die müssen einfach nur informiert werden darüber und das ist deine aufgabe die darüber zu informieren und wir hatten das thema in unserem letzten mastermind call da hat einer gefragt ja wie sieht es denn aus schon mit konkurrenz und sowas und das hatte ich euch auch am tisch erzählt und da habe ich gesagt ich weiß nicht ob man von konkurrenz überhaupt reden kann ob man damals überhaupt schon von konkurrenz gehen konnte bei klassischen werbeagenturen so nicht jeder will wie jung von matt da irgendwie hunderte bis tausende mitarbeiter aufbauen nicht jeder will zum nächsten pwc werden die überall einen riesen standort haben und weil sie sich hunderttausend mitarbeiter beschäftigen und selbst die haben ja keine marktführerschaft oder marktherrschaft ja ist ja in dem sinne kein und kein monopol und wenn wir uns jetzt überlegen dass jeder agenturdienstleister fünf kunden hätte die minimum 2000 euro zahlen und wir wissen da geht auch immer mehr dann würde er 10.000 euro im monat verdienen und wir wissen jeder kann alleine von 10.000 euro ganz gut leben sich ein haus holen sich ein auto holen kann entspannt zwei drei urlaube im jahr machen und wenn er sich dann die arbeit frei einteilen kann die vom pc ist und schön entspannt ist dann kann ein gutes leben führen und wenn wir in deutschland österreich und der schweiz gucken dann haben wir minimum fünf millionen unternehmen selbstständige konzerne und hast du nicht gesehen dann bräuchten wir ja eine millionen agenturen die dann fünf kunden haben und alle trotzdem geil davon leben können so aber es gibt halt nicht eine millionen agenturen da draußen also zumindest nicht meines wissens gerade und auch nicht eine millionen die alle fünf kunden haben also wenn du nichts machst passiert genau gar nichts und das ist der größte fehler den du machen kannst und ansonsten kann dir ja nichts passieren du kennst es ja selbst dort auch kunden wo du keine ergebnisse gebracht hast und hat sich in den konkurs getrieben nein ja dort das kunden mit denen du bist du nicht zurecht gekommen hat sie in den konkurs getrieben nein du hast kunden die nicht bezahlt haben hat sich in den konkurs getrieben nein du findest immer für alles irgendwo eine lösung und es geht immer permanent auch weiter und deshalb ist einfach in aktion kommen das wichtigste weil dass das wozu dich keiner zwingen kann also ich kann ja auch niemand ins fitnessstudio schleppen und dann irgendwie dich zwingen jetzt bizeps kölz zu machen wenn du bizeps kölz halt nicht was dann machst du die halt nicht dann wachsen deine muskeln halt auch nicht wenn du nicht laufen willst dann wirst du halt auch nicht laufen weil man kann dich zwar schieben und tragen aber das würde ja den kein laufeffekt erzeugen der kalorien verbrennt in dem sinne ja und genau das gleiche ist es halt auch hier ich kann halt so ich kann dir einen kunden geben und sagen hier ist ein kunde aber wenn du den halt nicht leistest nachher passiert halt auch nichts so das heißt dir bleibt nur noch übrig im lotto zu spielen oder hartz 4 anzumelden weil das ist eine garantierte chance irgendwie geld zu kriegen ohne was dafür tun zu müssen wobei du selbst fürs lotto spielen den lottoschein ausfüllen musst und auch für hartz 4 musst du halt erstmal arbeiten gehen um danach halt arbeitslosengeld überhaupt kriegen zu können und dann halt auch dort immer wieder antanzen damit die dir das weiterzahlen also du bist immer verpflichtet irgendwas zu tun das ist eigentlich der größte fehler den du machen kannst nichts zu tun ja also dass das geile auch an unserem coaching ist ja wir haben über 1000 agenturen ausgebildet und mittlerweile gibt es nichts was ich noch nicht gesehen habe weil wenn leute mir diese frage gestellt haben gibt es branchen die sich besonders lohnen habe ich gesagt es lohnt sich jede branche es gibt aber ein paar die würde ich nicht machen ich würde friseure nicht machen ich mit der kann ich machen ich wird gastro zum beispiel nicht machen so dass das was ich gesagt habe na so und dann bist du ja aufgetaucht und hast gesagt ja ja also wir nehmen jetzt er kann irgendwie 20.000 euro im jahr ab für recruiting und ich war erst mal so hast du vielleicht irgendwie ein zwei nullen zu viel dazu gerechnet also wieso zahlen becker 20.000 euro für recruiting du so ja doch weil die besetzen die stellen und die bezahlen das und das passt auch und dann war so das für mich aufgelöst okay becker geht scheinbar weil du hast da auch eine sechsstellige summe im monat gedreht nur mit recruiting für becker so restaurants war ich auch immer so ich weiß nicht ob das so das ding ist und auf einmal habe ich einen kunden dass der der joshua der bei uns ist und der hat in seinen ersten sechs sechs wochen des coachings hat der über 20.000 euro an auftragsvolumen reingeholt nur mit restaurants so der hat restaurants auf einem retainer von 1 5 bis 2.000 euro und dann noch extra mal hier ein video drehen extra mal hier noch fotos machen und so weiter und da sagte das läuft super ich habe für den ersten die erste kampagne gemacht für irgend so ein valentinstagsbrunch und auf einmal hatte der eine proppenvolle bude und leute standen draußen weil der halt gesagt hat ja ihr kriegt alle einen sekt umsonst wenn ihr kommt dann habe ich gesagt ja gut dann kann man die scheinbar auch machen so friseure habe ich jetzt noch niemanden kennengelernt der mir gesagt hat dass er damit mega erfolg hat als agentur und von dem her ist das die einfachere antwort alles geht genau das gleiche auf einmal war so der luca bei uns im coaching und der kommt so um die ecke und zeigt mir so eine anzeige also ja hier für meinen ersten kunden und so ist das eine gute anzeige die ich hier gerade habe oder nicht und ich so was suchst du da ja lkw fahrer und dann gucke ich so derzeit irgendwie zwei euro pro bewerbung für einen lkw fahrer und ich dachte so hä wie bist du darauf gekommen also ja ich habe einen lkw fahren gesehen bei uns in der stadt und da stand halt drauf die suchen lkw fahrer dann habe ich da halt angerufen habe denen halt ein angebot gemacht und die haben gesagt ja machen wir und die haben jetzt schon die ersten leute eingestellt und dann war ich darauf wäre ich halt nie gekommen irgendwie lkw fahrer zu suchen aber funktioniert halt auch und jetzt kommst du mir um die ecke dass du lkw fahrer suchst und das geile ist wir hatten einen bei uns im coaching den kai der hat er sehr der arbeitet sehr erfolgreich als angestellter einer spedition und kennt deshalb viele speditionen hat bei uns angefangen und war immer so ja ich weiß nicht wo ich mich positionieren soll dann sagt auf einmal der luca der nichts mit speditionen zu tun hat dass lkw fahrer macht kommt die nächste woche der kai rein sagt ja also ich habe jetzt auf einmal meine ganzen speditionskontakte durch telefoniert und habe schon ein paar kunden gewonnen die jetzt auch lkw fahrer suchen nicht so wie geil ist das denn eigentlich das gleiche funktioniert mit fitnessstudios dann haben wir den emanuel der das ja nur für kosmetik und beauty salons zum beispiel macht ja dann haben wir welche die machen das nur für autowerkstätte welche die man es nur für autohändler welche die machen das dann nur für für online shops für bestimmte und wir hatten ja vorhin die positionierung über positionierung geredet und da habe ich gesagt ja also mir fällt schwer mich gerade auf eine klare positionierung auszurichten weil mein kriterium ist großer geldbeutel firmen oder unternehmen unternehmer die bereit sind halt im monat minimum mal 10.000 euro zu investieren er sogar richtung 50.000 euro zu investieren und das können halt viele unternehmen sein ja das kann eine video produktionsfirma sein das kann auch vielleicht eine spedition sein ja das kann der it firma sein es kann software service unternehmen sein das kann ein auto haus könnte das zum beispiel sein es könnte irgendwie eine fernsehproduktionsfirma sein die das nachher macht es könnte weiß nicht was einem sonst noch so einfällt irgendwie ein immobilienmakler sein oder ein immobilienunternehmen also jeder braucht kunden jeder braucht mitarbeiter für jeden funktioniert die kernfrage ist halt immer nur wie groß sind die und umso größer die sind umso größer ist auch deren bedarf an kunden umso größer ist deren bedarf an neuen mitarbeitern also sind die auch im regelfall bereit mehr zu investieren und das kannst du nicht deshalb würde ich eher sagen das kannst du kannst eher branchen ausschließen als eingrenzen also kannst eher sagen ja guten friseur wird wahrscheinlich nicht 50.000 im monat ausgeben restaurant eventuell auch nicht eine spedition eventuell auch nicht im bäcker wahrscheinlich auch nicht aber eine anwaltskanzlei wahrscheinlich oder eine immobilienfirma wird das wahrscheinlich tun und soviel ausgeben ja irgendwie eine privatjet firma oder ein yachtverleih hatten wir auch schon als kunden jemand der halt yachten verliehen hat oder der halt der der motorboote repariert hat oder sowas und bei denen rollt der rubel also im ersten kontext würde ich immer zuerst alleine durchziehen und lernen zum generalisten zu werden und damit meine ich alles mal selber durchlaufen zu können einer unserer erfolgreichsten agentur kunden jetzt nicht coaching kunden jetzt commercial excellence gmbh comics.io aus berlin da hat der gründer der philipp strömann mir im interview gesagt hey eines unserer credos ist der founder das ist first das heißt wir stellen für keinen bereich jemanden ein wo wir als gründer das nicht zuerst selbst so weit gebracht haben dass wir sagen können wir wissen wie es alleine funktioniert und wir wissen worauf es ankommt wo ich hier fehler passieren können wo ich die wachstums chancen sind um das auch perfekt einstellen zu können und auch perfekt nachher es hinzukriegen dass es dann auch läuft und wir es auch richtig monitoren können und so habe ich auch angefangen erstmal generalist sein selber vertrieb machen selber marketing können die funnels zu bauen auch mal zu wissen wie schneidet man video wie bearbeitet man sonst was wie mache ich meine buchhaltung wie schreibe ich verträge wie mache ich angebote generalist erstmal sein und danach ganz klar zu unterscheiden in zwei kategorien was macht mir spaß was macht mir keinen spaß wo habe ich die größte wirkung wo habe ich die geringste wirkung und dann natürlich zu beten dass das wo man die größte wirkung hat auch dass es was einem am meisten spaß macht weil das ist das was du dann weiter machst und das wo du die am wenigsten spaß hast und die geringste wirkung hast dafür suchst du dir dann entweder einen geschäftspartner oder angestellte die da müsste man ein bisschen mehr in die persönlichkeitsstrukturen auch reingehen von sich selbst weil es gibt ja verschiedene tests ob es jetzt 16 personalities ist ob es jetzt der dark trial test ist zum beispiel ob es human design ist oder ähnliches um ein bisschen mehr über sich herauszufinden oder mit einem coach darüber zu sprechen was er glaubt was man denn für eine art persönlichkeitstype ist weil es gibt eben menschen die sind exekutive executive ein umsetzer ganz klar sind menschen die sind am umsetzen am umsetzen am umsetzen am umsetzen das sind im regelfall keine führungspersonen sind im regelfall keine menschen die gut im führen sind und dann gibt es menschen die sind super gut im führen und dem anleiten die sind aber schwach im umsetzen dann gibt es ganz selten die mischung dass du sehr gut im führen aber auch sehr gut im umsetzen bist wenn du das natürlich mitbringst bist du der perfekte unternehmer für mich weil du bist sensationell im umsetzen und sensationell im führen gibt aber genug unternehmer die kommen nicht vom fleck weil die sind super im führen aber schlecht im umsetzen das bedeutet sie brauchen menschen die umsetzen können und müssen dann entweder also müssen dann halt mitarbeiter finden die gut umsetzen können wenn du merkst dass du ein umsetzer bist dann hilft dir nichts mitarbeiter einzustellen die führend sind weil du hast viel mehr davon wenn du dir dann einen geschäftspartner holst der gut führen kann weil der hat ja ein viel größeres interesse daran dass das geschäft nachher größer wird besser wird besser funktioniert sein eigenes leben hängt ja auch so ein bisschen dann mit daran während ein angestellter wenn einer führungsposition ist wird er halt natürlich nie so viel dafür tun wie es jetzt ein geschäftspartner tun würde das heißt wenn du schon gut führen kannst dann würde ich dir empfehlen ausschließlich menschen einzustellen die nachher umsetzer sind und kein geschäftspartner reinzuholen weil damit vermeidest du konflikte und damit vermeidest du auch nachher das thema das du immer teilen musst heißt nicht dass du nicht teilen solltest aber man sollte sich darüber halt gut gedanken machen weil ich merke viel zu häufig zerbrechen geschäftspartnerschaften nachher früher oder später aufgrund dessen dass menschen dann mit der zeit wenn sie erfolgreicher werden auf einmal merken ha ich habe jetzt hier geschäftspartner die brauche ich eigentlich gar nicht mehr oder die nerven mich oder es passt irgendwie nicht und das ist halt doof weil man hat jetzt halt schon geschäft miteinander aufgebaut